Wenn Ihre Hand zittert, dann kann die Kugel auch nur den Sehnerf zerstören. Deshalb ist es unbedingt zu raten, auch Gift einzunehmen, gleichzeitig. In dem Moment, in dem Sie auf die Kapsel weisen, drücken Sie ab. Und dazu bleibt genügend Zeit. Das Gift wird erst noch ein bis zwei Sekunden. Torlau, Sieh auch. Komm, Blonnicke. Komm, Blonnicke.